Hallo. Hi. Servus. Ich und mein Haus geht in die zweite Runde. Es geht um krasse Begegnungen mit Jesus, die das Leben verändert haben. Hashtag ich und mein Haus. Meeting Edition. Und hoffentlich auch in dem Rahmen, den Corona und die ganzen Verordnungen zulassen, kleine Meetings mit euch Neuern Teamkreisen.